So, hier hast du das Stürmerherz, das dir schmecken und da hast du noch was. Die nehmen wir schon mal an, würde ich sagen. Ey, weißt du, dann schmeiße ich jetzt hier so ein paar krumme Spinnenbeine weg. Ja. Weil ich ein Beinchen gestellt kriege von mir, deswegen. So, du möchtest hier irgendwas kochen, koch was. Ja. Ich mache nur die ganze Zeit Voodoo-Quests, aber sonst, ja, mache ich. Und schon wieder ist das halbe Level voll. Also fast, aber das geht wahnsinnig schnell. Selbst auf Level 30 noch. Kein Wunder, dass die... Was ihr wolle. Da wollen wir hin. Mögen die Geister. Wobei, am Ende dauert es wahrscheinlich einfach ewig. Was sollst du denn da? Steinschlag-Kobalt. Bamm. B-b-b-b-bamm. Steinschlag-Kobalt. Ja, ich bin wirklich gespannt, was uns auf unserer Reise... ...durch die Weiten von World of Warcraft noch so... Ach. Ach. Erzähl doch keinen. Aber hier hast du ja nochmal. Ich habe hier eben nur auf Everworth geguckt. Aber hier haben wir ja noch die Draenor-Sachen. Das ist für Level 100. Wenn wir da hingehen, da fallen wir schon um. Wenn wir nur einatmen wahrscheinlich, weil die Luft so gefährlich ist. So. Aufgesattelt. Jetzt geht die Reise nämlich weiter. Da hinten müssen wir zu dem Teich. Bestimmt. Der Schaden macht mir gar nichts. Ist mir völlig egal. Kann man ja ruhig mal so sagen, wenn es so ist, oder? Ja. Ah, da hat sich ein Peon ein paar... Na gut, das sind Infanteristen, aber eigentlich sind es Peons. Da haben sich ein paar Leute gefangen. Ja, von denen nicht so gut behandelt werden. Uh, da ist ein Ausdruck für Zeichen. Da sollte doch ein Fragezeichen sein eigentlich. Betreten verboten. Der Felskesselsee. Felskiefer. Ich glaube, den sollen wir töten. Nein, ich weiß es sogar. Hören wir die Schildkröte aus. Uh, hallo. Hallo. Hallo, Freund. Musst dich kurz töten. Noch nicht bereit. Der macht mir Schaden. Aua. Der hat mich aufgegessen. Alter. Dafür, dass der nur auf Level 26 ist, oder was? Ist der... Noch nicht bereit. Ein Stück weit derbe. Der aber. Was? Wie konnte denn das jetzt passieren? Hä? Wieso hat er mich getötet? Das ist ja doof. Na ja, dann laufen wir einfach schnell zurück. Und schnappen uns den Felskiefer. Heißt der Felskiefer? Er heißt Felskiefer. Felskiefer ist riesiger Zahn. Den sollen wir mitbringen. Als Beweis unserer Stärke. Unserer unbändigen Stärke. Ich hab doch keinen Buff, wenn ich, ähm, hier wieder hingelaufen bin. Ganz mutig, oder? Oh, wir sollten uns vielleicht mal kurz heilen. Können wir das unter Wasser? Natürlich. Die Verbände halten nämlich... Oh, wir müssen erst eine Hilfe lernen. Unbedingt. Das bringt ja mal gar nichts. Ah, der ist jetzt auch nicht mehr beschädigt. Elite ist der. Dann schwimme ich doch nochmal. Ach, wir können wahrscheinlich auch im Wasser essen und so, ne? Darf ich hier irgendwas... Darf ich irgendwas essen hiervon? Ah, wir haben ja Heiltränke. Dann saufen wir doch einfach einen Heiltrank. Ich könnte auch einfach warten, bis der Cooldown weg ist. Und jetzt versuche ich nochmal... Fischi... zu besiegen. Mit allem, was mir zur Verfügung steht. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Nicht genug Wut. Jetzt hat er mich immer wieder gefressen. Jetzt bleibt mir nur... Ich kann ihm auch Schaden machen, wenn er mich gefressen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich unter Wasser weniger Schaden mache als über Wasser. Aber jetzt haben wir ihn. Auf jeden Fall. Und da ist er. Auch nur 100 Erfahrungen. Natürlich hat er nur... Wieso hat er denn nur 100 Erfahrungen gebracht? Haben wir den Zahn? Ich schmeiß mal gerade hier diese Schuppen weg. Nicht, dass ich da... Nein, das war nur der Kiefer. Okay. Nicht, dass ich da nochmal hinlaufen muss. Und da ist mechanisches Eis. Und die Kriegsmaschine ist hier auch. Ah, da oben. Na, perfekt. Können wir doch gleich zwei Quests auf einmal machen. Wobei wir doch eigentlich was ganz anderes vorhatten. Aber das funktioniert hier bei WoW ja sowieso nicht. Das zu tun, was man vorhatte, klappt nicht. Das heißt, unseren kleinen Ausflug nach Orgrimmar müssen wir leider in die nächste Aufnahme verschieben. Das bekomme ich zeitlich nicht mehr untergebracht. So. Dann geht es jetzt... Woher? Auf die Seite vom See? Was soll denn da sein? Ja, genau da. Da ist eine Kriegsmaschine da hinten irgendwo. Im Wasser? Oder ist das Ding das da oben? Wie komme ich denn da hoch? Das ist ja bestimmt das Teil, aber... Hä? Kommt man da irgendwo hoch? Da muss ich ja bestimmt von der anderen Seite dran. Mann, ich will jetzt nicht schon wieder von diesem Viech da angegriffen werden. Ich glaube nicht, dass man von hier... Nee. Nee, nee, das lassen wir mal. Ich springe jetzt mit der Schildkröte über den See. Und da müssen wir von der anderen Seite dran. Ich gucke nochmal. Aber... Ich komme bestimmt da irgendwo lang. Da muss man ja irgendwie hochkommen. Das muss ja gehen. Hm. Ah ja, hier führt ein Weg in die Perge. Ich bin ja doch ein bisschen neugierig, ne? Muss ich ja so sagen. Aha, da ist er. Aua. Der Weg. Ja, dann laufen wir da auch noch hin. Okay. Überredet. Man kann dann immer so schlecht aufhören. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Oh. Ein alpines Streifenhörnchen. Cool. Und eine Zinnader. Und eine Zinnader. Alter, was ist denn das hier? Erbauer der Venture & Co. Die kennen wir schon, die Leute von der Venture & Co. Die mögen uns nicht. Die haben wir schon relativ häufig umgehauen. Kann ich das jetzt schon fast nachvollziehen, dass die uns nicht so gerne haben. Oh nein. Nicht hier runterfallen. Alles nur das nicht. Ich glaube nicht, dass du hier irgendwas erbaut hast. So wie du kicherst. Das ist ein Strunzendum. Ja, wir müssen hier schon noch alles töten. Es geht nicht ohne. Wir kommen hier nicht einfach so dran vorbei. Aber unser Glück ist, dass wir die ganzen Dungeons gemacht haben und dadurch wirklich einfach viel zu stark sind gerade für das Gebiet. Für alle Gebiete, durch die wir gerade durchlaufen. Also was heißt viel zu stark. Aber wir sind schon mächtig. Kann man so sagen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass hier noch irgendwie so ein starker Typ steht. Aber dem ist wohl nicht so. Und vielleicht sollen wir für den Rückweg durchs Wasser gehen. Wir könnten da einfach runterhüpfen. Dann wären wir ja schon fast wieder da. Ich möchte hier wirklich nicht runterfallen. Und ich habe so das dumme Gefühl, dass es passiert. Dieser komische Zauber. Uh, ein Austausch und eine Rüstung bringt mir das. Schmeiße ich das doch weg. Nehme den auf. Und lege den an. Das kann ja nur gut sein. Ausdauer macht mich wahrscheinlich ein bisschen widerstandsfähiger, denke ich. Weil rennen kann ich ja sowieso nicht. Was sollte ja ausdauer sonst sein. Ich kann das noch nicht. Was haben wir hier in den verpackten Gegner, der stirbt? Jetzt habe ich alles bereit zur Abgabe. Dann hat sich das nämlich auch gelohnt, weil wir jetzt... Einfach über das Wasser laufen, wie Jesus. Und an Weihnachten zurückkommen. Nein, aber wir können da jetzt die Quest abgeben und die. Purpur, eine Schildkröte. Finde ich übrigens irgendwie doch cooler als den Raptor. Aha. Retarded Unicorns. Na von mir aus. Ja, Leute, Leute, Leute. Wir können nochmal zwei Quests abgeben und das ist supi. Wie? Irgendwer hat hier geschrien. Wer hat hier geschrien? Wer wagt es, hier einfach so zu schreien? Hallo, gefangene Jägerin. Ich wette, dass wir diese komischen Maschinen hier noch hinmähen müssen. Das ist fast so sicher wie das Armen in der Kirche. Wie die Armen in der Kirche. Bei der Tafel. Berg hoch. Auf geht's. Jetzt fängt das wieder an zu ruckeln. Was ist denn los mit euch, Blizzard? Was ist denn los mit euch? So. Achso, wir können uns jetzt noch was aussuchen. Das wäre doof. Das bringt uns auch nichts. Das bringt uns auch nichts. Und das bringt uns... Wir haben ja keine Halskette, ne? Dann nehmen wir die mit. Ach, komm. Was haben wir denn... Ach man, wir haben so viel Kram. Glänzender Kiesel. Ich verschenke sowas eigentlich ungerne. Shirellera. Und du hast bestimmt auch ein Item für mich, ne? Aber die Kette können wir schon mal zumindest anlegen. Wenn ich sie wiederfinde. Da. Weiter. 3300. Nein! Jetzt müssen wir trotzdem... Mann. Jetzt müssen wir leider gerade noch mal hier... Ich hatte ja eben schon davon gesprochen. Wir müssen jetzt mal eben noch hier so ein paar... Steinschlagkobolde wendigen. Alter. Ja. Schön. Diese Quests kann man nun zusammen machen. Peitsch, dein Schlagkobolde zur Saison. Gnome-Ingenieure. Muss man die anwählen? Naja, wir machen erstmal die Quest. Und schauen dann mal, was es bringt. Das ist witzig. So was hätte ich gerne immer. Das ist ja mal mega krass. Wie schnell das geht. Die fallen einfach alle um. Und wo sollen wir jetzt noch hin? Ah, das ist zur... Bereits Aufgabe. Okay. Na, cool. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Bringt leider auch keine... Erfahrung, wenn man dann noch mehr von tötet. Jetzt müssen wir einfach mal wieder den Berg hochklappern. Ich weiß gar nicht, ob wir den Roboter wieder mit zurückbringen müssen. Hat natürlich auch ein bisschen Schaden gekriegt, aber viel nicht. Was war das denn für ein komisches U-Boot-Ding. Oh, wir hätten auch einfach aussteigen können. Na gut. So, liebe Leute. Wir beenden diese Aufnahme jetzt erstmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und der Sound war gut. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich gleich erst feststellen, ob der okay war. Und, ähm, naja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen runter. Macht irgendwas. Kommentare. Abonnieren. Macht was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.